Halt! Ja! Spazieren gehen am 1. Mai. Ich komme dann zurück. 1913 war nach Satt Kreberauer Aufstand. Das ist die Projekt Höhenstraße, da kam gerade die Flinte zu. Leinzonen-Tarif. Die neue Reizfolge. Die neue Reizfolge. Und dann Straßenbahn und Bus als Proorganisenträger. Jetzt muss man weiterfahren. Weiter geht's. Ne, das ist 1918. Da geht's wieder von vorne los. Da geht's wieder von vorne los. Geht gar nicht weiter. Da geht's wieder von vorne los. Aber die Reizfolge. Ne, da geht's wieder von vorne los. Und das ist alles. Und das heißt. Ja, die verschiedenen Handgriffe. Die sind gar nicht befestigt. 1945, 1940. Was ist das da? Tarnvorsatz. Ein Tarnvorsatz. Keine Ahnung. Beide. Keine Ahnung. Musik. Musik. Ja, das war ja so, ähm, also vor dem Zweiten Weltkrieg fuhren wir mal da und mal da, da fuhren unterschiedlich mal rechts, mal links, und nun hat man so gesagt, dass man rechts fährt. Auch auf der Parade ist bereit zu sehen. Wie eine Schnauze, ein kleiner Autobus, wie ein Omnibus, Typ GF SC 79. Und da steht der Doppeldecker. Ja. Ja. Komm, sieh das. Wollen wir aufs Bild, bitte mit der Schnauze. Nicht vor dem Bus, komm hier, neben mir. Oder so, genau, komm. So. Gebaut von Saura übrigens. Genau. Diese Filmung gibt es übrigens gar nicht mehr. Saura. Mach wieder die Kamera runter, dass sie aus auf dem Bild. Nein. Passt das jetzt? Wunderbar. Mach mal schnell sieh das, dein Auge ist ganz... Mach mal schön. Ein saurer Dieselautobus. Ein saurer Dieselautobus. So, jetzt müsste der Bus aufkommen. Warte mal, jetzt geht's hier um 10, da nichts weiter. Da ist doch ein Bus. Nee. Der Donnerbuss. Der ich... Also ich spüre, er ist ganz in der Nähe. Er müsste irgendwo... Der abgestürzte Bus, mein ich. Und das ist der Doppeldecker. 13A. 14A. 24A. Richtig, glaube ich. Da vorne ist er. Vorrang, vorrang Auto. Vorrang Autobus. Ich meine, irgendwo, irgendwo, da müsste er stehen. Der Bus ist jetzt die Straßenbahn. Tausende Menschen dort in den Straßen, um dem einen Zeitpunkt nach dem Arresten wie im Fallen Krat, die letzte Ehre zu erweiten, und bewiesen damit, dass ihnen das sind geschmätige Pferd doch ans Herz gewachsen war. Dies gedrängt standen oder hingen die Gäste der letzte Fahrt in und auf dem Waggon. Doch sicher wurde auch die letzte Endstation erreicht. Der Zug verlegte den Gebel zur Seite, und damit ist wieder ein Stück weit das Wien der Präsentierung gewichen. Das war die letzte Straßenbahn in Wien. 1963, da fahren wir noch Busse. Mit Wachen musste in Wien im Rahmen einer sexischen Trauerartes die alte 13er Strecken rein. Die Musik spielte uns, dass der Zweiger sprach ältliche Abschiedsworte. Die Wiener Verhalten sind ein einfaches richtiges Volksrecht. Und dann setzte sich der Trauerzug vor an einer alten Dampflokomotive zur letzten Fahrt und gesprach von Wien. Der alte 13er Fest ist geflüchtet, der 60 Jahre seinen Dienst getan hat, wurde noch einmal über seine alte Strecke gefahren. Am Ende des Zuges für die Modellwerkzeit. Ein Koppeldecker-Autobus, der nun statt der Straßenbahn seiner Dienst antreten wird. Tausende Menschen sollten die Straßen und dem alten Dreieck nach seiner Rechten, wie im Fallen Tag, die rechte Herde zu erweisen und bewiesen damit, dass ihnen das Zugriff mit dem Gebel zur Straßenbahn war. Ja, das ist die Stadtbahn, eine U-Bahn für Wien. Da ist schon 14, da haben wir. Bingo, Säberling, da haben wir ihn ja. Ja, aber wir müssen jetzt da. Und? Ha, die 50-50 hat sich anscheinend bewährt. Ein Säberfall steht da drin. Ja, die kommt. Wir müssen aber der Reihe nachgehen, also verpassen wir mal den Bus aus dem Plus noch. Der muss doch hier irgendwo sein. Also, 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 also auf der, ähm, also, also auf der Seite kann man quasi da reingehen. Und, ähm, ich glaube, der ist nur bestimmt geöffnet. Das ist der Doppeldecker, Doppeldecker-Bus, ja? Genau, der, wobei den Film gekommen ist. Ja. Der Bus hat dann die eigene Straßenbahn abgelöst. Anscheinend, anscheinend gar nicht jeder. Anscheinend ist er nur bedingt geöffnet. Nein, leider abgeschlossen. Aber das ist eigentlich, haben wir es noch nicht geschafft. Jetzt fahren Busse und Straßenbahnen. Genau, Straßenbahnen fahren auch. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht wurden wieder welche eingeführt. Also, aber im Frühjahr hatte Hamburg auch mal eine Straßenbahn. Ja. Und die sind jetzt für Engelweg. Schafft na los. Wieder Straßenbahn in den 60er Jahren. Ja. Ja. Und die ältere Leute setzen sich mal hin. Aua. Du bist noch jung, Silas. Manchmal stehen. Du kannst auf den Treppen sitzen. Ja genau, nehm dich fest. Da ist auch ein Bruchel auf dem Bus. Aua. Und das sieht es. Es geht weiter. Ärger Deutschland. Nummer 4. Tsapalje. Wir können noch weitergehen. Ja, eben. 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 Ja, eben.